Unser Team-Name ist Godlike Germany. Mein Name in dem Spiel ist Godlike Hanzo. Mein Name ist Eddy Smalsch und mein Nickname ist GodlikeByBark. Ich bin Ibram Helil Ötsoi. Ingem heißt ich Feli. Bei uns gibt es, also ich und ByBy, wir waren zusammen in einem anderen Team mit Adi. Also ich habe in einem anderen Team kennengelernt und zwar habe ich schon Xash gefunden und auch Ibram. Also jemand hat uns bei uns zusammen kennengelernt. Mein Bruder Adi, den kenne ich schon sehr lange, seit Season 3 oder Season 4. Und wir spielen wirklich sehr lange. Und bei ihm haben wir Hanzo einfach noch kennengelernt. Und noch dazu Merz, also mein erstes Frager im Team. Da haben wir unseren Helil und Eddy, unsere guten Frager. Auf die kann man sich mal verlassen. Sie machen ihre Position sehr gut, spielen das super aus. Unser IGL, ByBy, ist auch gut, sehr koordiniert. Wir wissen direkt, was wir zu tun haben nach seinen Anweisungen. Und unser Sport Hanzo ist eigentlich immer intern und erfüllt seine Aufgaben als Sport. Und ich als Frager. Bei Gewinnen ist ein bisschen Adrenalin haben und ein bisschen Kommunikation. Und reden wir zusammen bei uns. Das geht. Wir sind sehr stark gestiegen. Es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und ich finde es gut, dass auch diese States spielen können. Also dabei sein kann. Am ersten Tag war es SKP. Und dann gestern hat man gesehen, dass Kipit sehr gut spielt. Also die sind echt gut. Da muss man auch aufpassen. Die sind sehr koordiniert machen. Die setzen gute Frags, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, es wäre bei SKP und Kipit. Also ich muss sagen, ich respektiere eigentlich jedes Team. Weil jedes Team kann gefährlich werden. Kommt halt auch die Position an, wie es halt gerade läuft. Also ich respektiere eigentlich jedes Team. Jeder ist ein Konkurrent für uns. Bis jetzt hat alles gut gelaufen. Wir haben es gut gemacht. Also der beste Moment war, die zwei Tickets am ersten Tag. Bei beiden reingemacht. Viel Glück. Hab Spaß dabei zu sein. Und wenn ihr nach einer Top-Tag seid, kommt das sehr rein.